Max Korsch ist ja jetzt auf Tour, glaube ich, unterwegs. Zumindest macht er Konzerte in vielen, vielen, vielen Städten. Da drunter auch Kiew. Und gestern habe ich gesessen und bin dann auf dieses Video hier gestoßen, habe, glaube ich, zehn Sekunden geschaut, habe mir gedacht, okay, lass uns das mal zusammen gucken. Es interessiert mich wirklich, wie ist die Stimmung gerade in Kiew. Ihr wisst, dieser ganze Konflikt, das alles eigentlich interessiert mich nicht. Dieser ganze Konflikt, weil für mich ist das Kindergarten, aber ich liebe Musik. Und Musik verbindet Menschen. So ist das halt. Und ich möchte gerne gucken, wie das gerade in Kiew so ist. Deswegen lass uns mal zusammen. Das finde ich schön an russischen Menschen, ja, oder egal, auch an ukrainischen, ja. Was ich schön finde, ist, egal wie schlimm die Lage ist, man kann trotzdem zusammen auch mal feiern gehen und einfach mal alles vergessen, ja. Ja, finde ich super. Ich finde das super, ja. Auch junge Menschen, die einfach ihr Leben in Frieden leben wollen, ja. In Frieden und glücklich leben wollen. Dass die einfach zu diesem Konzert gehen und einfach feiern. Ich respektiere das unnormal. Ich wünsche keinem da draußen Krieg. Keinem, ja. Eigentlich keinem. Und ich hoffe, diese Menschen werden glücklich, ja. Das wünsche ich aus ganzem Herzen. Für Ukraine ist das die größte Rekord, das ist das der größte Rekord. Wir wollen uns heute nicht abschalten. Sehr, sehr schöner Zusammenhalt. Ich kann mir vorstellen, ich glaube, Kiew ist eine schöne Stadt. Ich würde sehr gerne mal auch Ukraine in meinem Leben besuchen. Also ich will eigentlich alle Länder der Welt mal sehen, ja. Hübsche ukrainische Mädels, ja. Jungs feiern, super. Geil. Jeder will auf Konzert. Jeder, egal ob der Polizist oder Wachmann steht. Scheißegal, alle wollen auf Konzert. Ja, warum nicht? Ja, Ukraine hat mit diesem alten Präsidenten, ich weiß gar nicht mehr, Pavyschenko oder so heißt der, nur Leid erfahren, ja. Die, das Land muss wieder aufstehen, ja. Leute müssen wieder glücklich werden, ja. Fuck, ich will auch mal auf so ein Konzert von Max. Wir wissen, wir wissen, dass in Ukraine viele andere Menschen in Ukraine. Deshalb haben wir die Konzert in der Früh. Wir sind alle in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Und ein gesundes Kostür. Das sind wir, Leute. Ich hab mich nicht mehr. Ja! Ja! Das ist doch toll. Das ist doch so ein bisschen. Ja! 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 ich wünsche diesem land alles glück der welt alles liebe ja werdet alle gesund ja scheiß auf krieg wir sehen uns tschüss